Tennis-Spieler Juri Rodionov unterbricht seine Saisonvorbereitung und besucht uns in der Standard-Redaktion. Herr Rodionov, vielen Dank fürs Kommen. Danke für die Einladung. Mich würde interessieren, wie sind Sie eigentlich zum Tennis gekommen? Können Sie sich an Ihre erste Tennis-Erinnerung? Was ist Ihre erste Tennis-Erinnerung? Ich kann mich erinnern, als kleiner Junge war ich hyperaktiv. Also meine Eltern hatten eine kleine Wohnung in Deutsch-Wagramm und sie waren ein bisschen zu klein, dass ich dort Sport treibe und damals war ich vielleicht vier, vielleicht drei und ich bin immer rumgerannt in der Wohnung und mein Vater hat immer gesagt, dass ich zu laut bin und dann haben sie mich ins Tennis gesteckt, weil der Tennis-Club, der Schwagland, war 100 Meter von uns entfernt und dann habe ich einfach angefangen, eine-, zweimal die Woche Tennis zu spielen und quasi aus dem Hobby, aus der Leidenschaft ist dann mein Beruf entstanden. Ich habe mal gelesen, dass Sie ursprünglich sogar Fußball spielen wollten, fast lieber als Tennis. Stimmt das? Ja, in Deutsch-Wagramm war das so, dass man Fußball erst ab sechs Jahren spielen durfte und da ich vier war, war ich zwei Jahre zu jung und deswegen hatte ich den die Möglichkeit entweder Tennis oder Basketball zu spielen, glaube ich, und ich habe mich dann für Tennis entschieden und mit sechs Jahren habe ich dann auch noch Fußball gespielt, bis ich glaube ich zehn war und dann mit zehn habe ich dann mit dem Fußball aufgehört und mich mehr aufs Tennis konzentriert. Was war denn das für eine Kindheit? In welchen Verhältnissen sind Sie groß geworden und aufgewachsen? Ich denke in ziemlich normalen Verhältnissen. Also ich hatte Eltern, die mich geliebt haben. Ich habe einen großen Bruder gehabt, zu dem ich auch gesehen habe und ich habe immer Sport geliebt. Fußball, Tennis, auch andere Sportarten haben mich interessiert und quasi mein Fokus war schon auf frühen Jahren sehr sportlich. Dass es dann Tennis geworden ist, ist Zufall oder so habe ich mich entschieden, aber ich war immer sehr sportbegeistert. Also auch ein sehr familiäres Umfeld. Wenn ich richtig liege, haben Sie auch Verwandte in Belarus. Mich würde interessieren, bekommen Sie da mit von diesen Verwandten, wie Sie mit den aktuellen Protesten gegen die dortige Politik umgehen. Ja, ich habe meine Verwandten sind in Weißhaussland. Oma, Opa, Cousins und ich habe mit ihnen auch Kontakt und mehr sogar noch meine Mutter. Sie hat eine Zwillingsschwester, die in Weißhaussland wohnt und ja, ich finde persönlich finde ich schlimm, dass ein Land, was in Europa ist, noch in einer Diktatur ist. Und ich hoffe, dass ich die Sache schnell lösen kann und dass die Leute sich quasi erholen können von diesen schwierigen Zeiten, die sie haben. Wieder zurück zum Tennis. Was ist denn das Faszinierende am Tennis, dass Sie jetzt auch diesen Sport als Beruf ausüben? Für mich ist der wichtigste Punkt, dass es ein Einzelsport ist. Es ist quasi Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau. Man ist verantwortlich, ob man gewinnt oder ob man verliert. Es hängt alles von dir ab. Und das finde ich sehr, sehr attraktiv. Also ich kann nicht sagen, dass nach einem Fußballspiel zum Beispiel meine Teamkollegen haben mich in den Stich gelassen. Nein, das ist alles mein Verdienst, wenn ich gewinne und wenn ich verliere, ist es meine Schuld und ich muss dann selber dahinter kommen, wieso ich verloren habe. Und das ist für mich sehr, sehr ansprechend und sehr attraktiv. War es zu irgendeinem Zeitpunkt anstrengend, dieses professionelle Leben zu leben, jeden Tag? Ich denke, das hat jeder Mensch. An einem gewissen Punkt ist es einfach schwer, jeden Tag zu arbeiten. Aber ich habe das Glück, dass ich meine Leidenschaft als Beruf habe und dass ich quasi meinen Beruf gar nicht als Beruf sehe, sondern eher als als etwas, was ich mein Leben lang machen möchte. Und wobei ich noch sehr viel Geld verdienen kann, wenn ich erfolgreich bin. Jetzt haben Sie schon von der Leidenschaft gesprochen. Die Emotionen, die zeigen Sie auch gerne auf dem Platz. Da sprechen Sie gerne mit sich selbst, auch in mehreren Sprachen und sind bekannt auch für Ihren Jubel. Zeigen Sie das auch bewusst, um den Gegner zu zeigen, dass Sie vielleicht mental auch stärker sind? Ja, es gibt einen Aspekt, wieso ich das zeige. Ab und zu ist es, um einfach den Gegner zu zeigen, dass ich da bin, dass ich bereit bin, um jeden Ball zu kämpfen. Aber öfter ist es einfach, weil ich ein Mensch bin, der viel Emotionen zeigt. Und das kommt sehr natürlich. Ich denke mir jetzt nicht vor dem Punkt, wenn ich den Punkt gewinne, ob ich jubel oder nicht. Das kommt immer automatisch. Und ab und zu kann es laut werden. Aber ich denke, ich habe noch nicht oft die Grenze überschritten. Oder hoffe ich zumindest. Im Standard Forum wird sehr intensiv und sehr viel über Tennis diskutiert. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mitbekommen haben. Da haben uns auch einige Fragen erreicht. Ich habe nämlich dazu aufgerufen, ob es Fragen gibt an Sie persönlich. Und eine, die mir da aufgefallen ist, Sie posten ja auf Facebook oft Spielberichte und teilen dort Ihre Gedanken zu den Matches. Und die ist es. Es macht die meiste Zeit, dass mein Bruder, mein Manager, weil es kann sehr anstrengend sein, nach einer langen Partie dann sich noch aufs Handy zu setzen und sich zu überlegen und irgendeinen Text zusammenzureimen. Und deswegen macht das oft mein Bruder. Ich segne es immer ab, den Text. Also er schreibt mir immer ein paar Zeilen auf. Und wenn ich damit einverstanden bin oder wenn ich mir vorstellen könnte, dass ich sowas schreiben würde, dann segne ich es ab. Und er postete es dann auf Facebook. 2020 war ein sehr komisches Jahr. Und eines der Facebook-Postings war ja auch, wie die Saison, die Tennissaison, dann unterbrochen worden ist. Da waren Sie gerade in Kasachstan. Können Sie sich noch erinnern und können Sie noch beschreiben, wie da die Stimmung war bei diesem Turnier? Ja, es war eine sehr komische Situation, weil kein Spieler, kein Referee, nicht einmal der Turnierdirektor genau gewusst hat, was jetzt in den kommenden Tagen passiert. Also jeder Spieler war auf Abruf, wieder nach Hause zu fliegen. Ich glaube, die deutschen Spieler, die haben vor dem Turnier schon mitten in der Woche, die sind sie zurückgeflogen, weil es angeblich Sperren gibt für gewisse Länder. Und das war wirklich eine sehr komische Situation. Ich habe mich dann entschieden, dort zu bleiben und das Turnier zu beenden. Und an dem Tag, da wo ich verloren habe, wurde dann die ganze ATP-Tour gecancelt. Und natürlich hatten da auch einige Angst, dass sie jetzt in Kasachstan feststecken würden. Deswegen ist auch mein Team. Ich bin dort mit meinem Athletiktrainer Florian Bernhaupt und meinem Bruder hingeflogen. Und die sind zwei Tage vor mir abgereist, einfach aus der Angst, dass sie, also wenn mal, wenn der Lockdown kommt, dass sie jetzt nicht mit mir in Kasachstan feststecken, sondern nur ich. Trotz der Pause war es, glaube ich, aus Ihrer Sicht ein sehr erfolgreiches Jahr. Was ist Ihre Bilanz unter das Jahr 2020? Dieses Jahr war ein sehr erfolgreiches Jahr für mich. Auf jeden Fall sehr viele neue Situationen, sehr viele neue Erfahrungen sammeln können. Ich habe mich selber besser kennenlernen können während dem Lockdown. Und ja, Fazit, ist ein super Jahr und ich glaube, ich kann 2021 anknüpfen, da wo ich 2020 aufgehört habe. Sie waren das erste Mal bei einem Grand Slam sogar im Hauptfeld und haben zwei Challenger-Turniere gewonnen. Welchen Einfluss hatte denn der Javier Frana, der Sie in diesem Jahr als Touring-Coach begleitet hat? Ja, Javier Frana war der erste Trainer, der wirklich mich als Person und als Tennisspieler komplett verstanden hat. Er hat genau gewusst, was er mit einem jungen, talentierten Spieler machen muss, damit er erfolgreich ist. Und die Zeit mit ihm, die Wochen, die waren sehr erfolgreich und die Kooperation war auch immer sehr gut. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Er ist ein sehr guter Tennistrainer und auch aus dem Persönlichen haben wir nie ein Problem gehabt. Wir haben immer quasi dieselbe Sprache gesprochen, obwohl wir beide nicht unsere Muttersprachen sprechen konnten. Aber es war eine sehr gute Erfahrung mit ihm. Ich bin sehr dankbar. Was ist denn so ein Anforderungsprofil, das Sie an einen Trainer stellen? Was muss der können? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir uns gut verstehen. Also meine Persönlichkeit mit seiner und dass unsere Spielsphilosophien zusammen stimmen. Dass sie immer übereinstimmen. Ich glaube, das ist das Wichtigste und ob er blond ist oder brünett ist oder wie alt er ist, das interessiert mich jetzt nicht wirklich. Es ist mir wichtig, dass er ein gewisses Know-how hat und dass er genau weiß, was er mit mir machen muss. Sie arbeiten jetzt mit Stefan Kubek als Ihrem neuen Touring-Coach zusammen. Wie ist es zu dieser Zusammenarbeit gekommen? Ursprünglich war es geplant, dass ich mit dem HWF 2021 noch arbeiten werde. Wir hatten aber im finanziellen Bereich einige Auseinandersetzungen oder wir konnten uns nicht einig werden. Und deswegen haben wir dann entschieden, getrennte Wege zu gehen. Und dann war meine erste Adresse der Stefan Kubek. Ich hatte schon Anfang dieses Jahr Interesse mit ihm gehabt, zusammenzuarbeiten. Er konnte leider nicht wegen familiären Gründen mit mir zusammenarbeiten, weswegen dann der Javier Fahner mein Touring-Coach wurde. Und ich finde, er ist ein super Typ, ein super Spieler gewesen und ein Lefty, was auch ein kleiner Bonus ist, genauso wie ich. Und was erwarten Sie sich von der Zusammenarbeit mit Stefan Kubek? Er ist ein sehr erfahrener Mann. Also natürlich die ersten Wochen muss man ein bisschen abwarten, wie wir zwei zusammen auskommen werden. Aber ich bin da sehr positiv. Er ist ein sehr guter Typ, hat einen sehr angenehmen Charakter. Und er ist auch nicht der Typ, der sich jetzt in den Mittelpunkt stellt, was es sehr angenehm macht, mit ihm zu arbeiten. Eine weitere Frage aus dem Standard-Forum, die ich Ihnen jetzt auch stellen würde. Der User TennisIsBack fragt, welcher Schlag ist denn Ihr Lieblingsschlag und welchen könnten Sie noch am ehesten verbessern? Also mein Lieblingsschlag ist auf jeden Fall der Stopp. Nein, nein, das ist ja nicht. Also der Schlag könnte auf jeden Fall besser werden, der Stopp. Aber mein sicherster Schlag, und da hole ich mich am wohlsten, viel ist meine Rückhand. Ein weiterer User fragt, ab wann ist es denn möglich, dass Sie mit einem Physio zum Beispiel, also mit einer zusätzlichen Person zu den Turnieren reisen, wenn Sie nicht gerade einen Touring-Coach dabei haben und dann noch eben einen zweiten? Theoretisch ist es jetzt schon möglich. Wenn das Turnier in Europa ist und man nicht lang reisen muss, dann geht sich das finanziell jetzt schon aus. Es ist halt die Frage, wenn man für ein oder zwei Turniere fährt, ob der Physio benötigt wird, weil die TP auch Physios zur Verfügung stellen, die sehr gut sind, die sehr viele Jahre schon hinter dem Buckel haben und die spezifisch mit Tennisspielern zusammenarbeiten. Also die wissen schon, was sie machen müssen. Es ist dann die Frage, ob man den Physio wirklich mitnehmen muss. Natürlich, wenn man jetzt Roger Federer ist oder Novak Djokovic, die sich das einfach leisten können und die selber Physios haben, die sie schon seit zehn Jahren kennen, ist es eine andere Sache. Sie haben in diesem Jahr auch zum Beispiel mit Stein Wawrinka trainiert. Das sind so Momente sicher, die jetzt dann hoffentlich aus Ihrer Sicht immer öfter kommen. Was sind denn so Ihre Ziele für das nächste Jahr? Mein erstes Ziel ist, ganz klar in die Top 100 zu kommen. Das ist mein ganz großes Ziel, wie für viele andere, die in meinem Ranking circa stehen. Das zweite ist, mental noch stärker zu werden, quasi jeden Tag das Gleiche abrufen können, quasi mein bestes Spiel und sich einfach zu etablieren in der Weltspitze. Wie weit steht zu diesem Zeitpunkt, Ende Dezember, der Turnierplan jetzt schon fest bei Ihnen? Die ersten paar Wochen stehen schon fest. Am 10. Jänner beginnt die Australian Open in Doha und es ist dabei geplant, dass ich circa am 5. oder 4. rüberfliege. Das Hauptfeld starte, glaube ich, am 8. Februar, wenn ich mich nicht täusche, in Melbourne. Und danach gibt es auch schon Challenger und ETP-Turniere. In Australien gibt es ETP-Turniere, in der Türkei und Frankreich gibt es einige Challenger. Also die ETP hat schon einen Kalender für Jänner und Februar draußen. Und spielen Sie da tendenziell eher die Challenger-Turniere? Können Sie das jetzt schon sagen oder versuchen Sie sich dann auch auf der ETP-Tour? Wenn ich mich qualifiziere für die Australian Open, werde ich nach Australien fliegen und wahrscheinlich die ETP-Turniere spielen oder vielleicht den ETP-Cup. Wenn ich in der Qualifikation verlieren sollte, dann werde ich wahrscheinlich in Europa bleiben und die Challenger spielen. Viel Erfolg dabei. Vielen Dank, Herr Rodionov, für das Gespräch. Danke fürs Interview. Vielen Dank, Herr Rodionov.